Warum verweigern Sie sich mir? Ich hatte diesmal auf mehr Widerstand gerupt. Ich versuche meine Enttäuschung zu verbergen. Drache nähert sich ihrer Position. Valkyro-Drohne nähert sich. Winzige, unbedeutende Maschinen, die umherstreifen. Ohne Meister, ohne Ziel. Klingt vertraut? Vinzige. 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 Was ist das? Ich schätze nicht jede Erfindung von Gruppe 935 entpuppt sich als Geniestreich. Oh Mann, das ist... Das ist ein Klobass! Für mich, nicht für Sie! Das ist der! Billig produziert! Gruppe 935 hat den Standard ganz schön abgesenkt! Maschinen spüren keinen Schmerz! Das macht es irgendwie weniger Spaß, sie zu töten! Jetzt willst du nicht mehr! Du lästige... Ich habe jetzt schon was... Ich habe jetzt schon was... ... und für die ganze Zeit... ... und für jede einzelne... ... eurer Missetaten beobachtet! Ich weiß, wer ihr seid! Der Lügner! Der Aufschneider! Der Betrunkene! Der, der erst gemerkt hat, was er hatte... ... als es fort war! Der und dass ich gut Kaffeein habe... Was ist das? Was ist das? Vielleicht könnten wir damit den alten Nikolai zu Tode schleudern. Nein, nein, das ist etwas zu theatralisch, Uwe. Nein, kommt man besser. Ach, was genau findest du an mir so faszinierend? Der Affe ist vielleicht ein Spielzeug. Das gesamte Universum ist in Stücken unzerbrochen. Und dafür seid zu einem nicht unwesentlichen Teil ihr Trottel verantwortlich. Und wisst ihr was? Ihr repariert es wieder. Tut am besten das, was ihr immer tut. Hört auf Funksprüche und sowas. Ich helfe, wo immer ich kann. Mein Gaumen ist nicht mehr das, was einmal war. Kannst du es wagen, mich so zu besudeln? Ich helfe, was einmal war. Ich helfe, wenn du meinen Chat-Golai zu Dannen- Ich muss daran denken, da nicht mehr draufzutreten nach der Aktivierung. Das könnte sonst ein Trauma geben. Wenn die Explosion nur etwas länger dauern würde. Das könnte sonst ein Trauma geben. Ich werde jetzt ein paar einfache Operationen durchführen. Wer zusehen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Doppelte Punkte! Alles, was ich mir verdiene, kommt dem übergeordneten Wohl zugute. Und damit meine ich Feinwohl. Das schmeckt scheußlich. Also ist es wahrscheinlich gut für mich. Drache ist unterwegs. Schreiner! Drache ist gleich weg. Drache 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? 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 Was ist das?